Wow, es ist richtig Winter geworden. Ich bin ja hier in Süddeutschland im Rhein-Main-Gebiet und wir haben es hier minus vier. Es bahnte sich ja schon zur Nacht am 27. Dezember ab. Zeichnete sich ab, bahnte sich an, wie auch immer. Dass eine ganz dicke, schneebeladene Wolkenschicht aus England nach Osten rüberziehen würde. Und das hat uns den Schnee beschert. Und jetzt haben sich die Wolken verzogen und es bleibt hier im Süden zumindest ein ganz klarer, wolkenloser Himmel. Mit eisigen Temperaturen. Also ja, relativ. Minus vier ist ja jetzt nicht so schlimm. Schlimm, da hinten ist ein, jetzt zeige ich mal das tolle Zoom dieser Kamera. Da hinten am Horizont ist nämlich so eine Burg. Das ist ja die Sony HX50V. Die kann auch GPS, wenn man das möchte. Toll, ne? Wie nah, dass man das alles ranholen kann. So sieht es in echt, also für mich, für meine Augen aus. Irgendwo am Horizont. Dieses Schloss. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch. Und ja, alles Gute fürs neue Jahr und so, ne? Bis dann. Ciao.